this is crazy i just got a call saying they found it a few also ist noch nicht freigeben und der ding ist auch nicht weg gehört der handby damit er die autopsie durchführen kann so das ist der fingerabdruck vom lenkrad mal schauen ob der im archiv ist und er ist drin und der fingerabdruck ist von manuel gamos wer ist es say hello to your suspect doc robbins man i wish i could be there with you guys when you slap the cuffs on this idiot okay das war scheinbar der der dieb von dem auto und jetzt wenn wir noch schauen zu wem das blut gehört da haben wir nix so das vergleichen wir jetzt einmal mit agent handbieter und da können wir nehmen wir das daher das glaube ich stimmt da nicht oder und das kümmer wo kümmern wir sie doch daher Ist das die Tür hier? Er hat sich ein Schraub an, der sich in die Tür verraten, um den Bord zu sehen, dann hat er die Tür gelegt. Er hat sich die Tür gelegt, dann hat er die Tür gelegt. Er hat sich die Tür gelegt. Er hat auch ein Schraub an dein Auto mit dem Bord er hat. Ich habe genug. Beatrice Salazar besser wünschen sich nicht das Schraub an Huntby, denn wenn es ist, dann werde ich es finden. May wir uns mit dir, Doctor? So, also er hat jetzt die Autopsie gemacht. Handy schaut etwas mitgenommen aus. Können wieder noch was machen? So, was Holden aus von ihm? Wo ist der Magen in den Halt? Wie lecker! Schauen wir doch mal um. So, da können wir vielleicht einmal die Probe nehmen. Schmiert fast fragend. Wir sollten es analysieren. Wohlriechend ist es auch noch. Noch besser. So, also ab wieder ins Labor. Und wir haben... ...nur... ...den Mageninhalt von Huntby. Und das werden wir jetzt einmal untersuchen, was sich darin befindet hat. ... 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